Gut, okay, dann kurze Pause. Ich weiß gerade gar nicht. War ein bisschen, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es jetzt gerade intelligent war, da noch ein bisschen weiter zu machen. Das ist egal. In diesem Pause mache ich mal einen kurzen Schnitt, damit das Schnittbocker nicht alle zwei Sekunden abstürzt. Ja, nochmal kurz einen Schluck trinken. Ist ja wichtig, dass man nicht dehydriert. Leck mich. Schönen guten Tag. Nächste Folge. Das gibt es nicht. Ja, ich brauche meine Spitzhacke immer noch. Oder wieder. Das heißt immer noch, ich brauche sie wieder. So. Ja. Das war jetzt komisch. Ich bin ein bisschen verwirrt, Leute. Was ist denn los hier? Halt auf einem Fleck. Das ist ja Folge 4. Das ist doch Folge 3 erst. Okay. Jetzt bin ich verwirrt. Wir nehmen doch noch keine anderthalb Stunden auf. Ich werde bekloppt. Das ist aber so lange in der Aufnahme. Alles nur halb zu eins ist Folge 3. Aber ich reagiere nicht darauf. Für mich ist es Folge 4. Ja, Leute. Für mich ist es Folge 4. Für mich ist es jetzt Ende. Ich sehe das jetzt nicht ein. Wir buddeln uns mal natürlich. Ich buddeln mich jetzt einfach nach unten. Warum sollte ich mich nach unten buddeln? Warum? Warum sollte ich mich nach unten buddeln, wenn ich einfach hier jetzt so... Weil man hier rein kann. Und dann jetzt einfach so... Langsam aber sicher nach unten gleite. Ich habe noch keinen Wassereimer. Ich weiß. Ich muss mir eigentlich mal noch einen Wassereimer machen. Es ist so dumm, dass ich noch keinen Wassereimer habe. Ich weiß. All diese Flamer in den Kommentaren. Mama, 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 Mama. Mama, 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 Mama. Ja, ich bin scheinbar einer der beiden Mario Brothers. Okay. Mama, Mama. Mama, Mama. Mama, Mama, Mama. Ei, ei, ei. Jetzt bin ich Marco der Westen, Mann. Das gibt es nicht. Irgendwas stimmt heute nicht. Mann. Ich sage, irgendwas stimmt heute nicht und dann mache ich sowas. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Aber wir wollen Witz, ne? Wir sind Witz, ne? Mann. Warum stirbt denn keiner? Wenn Neo dabei wäre, wäre das kein Problem. Aber nein, Neo ist nicht dabei. Warum ist Neo nicht dabei? Ich kann keinen. Eisen mitnehmen. Das ist nicht cool. Also Kabelstum ist weg. Aber das Eisen nehme ich jetzt natürlich mit. Jetzt habe ich es schon abgebaut. Kann ich das auch hier brauchen. Alter, wie weit geht es denn da runter? Das ist echt tief. Das hat sich gelohnt. So wie ich das da gerade gebaut habe. Okay. Okay, das, das, das Eisen. Come on. Ah, Bitch. Was soll das denn hier heute? Also irgendwas klappt hier heute wieder mal ganz und gar nicht. Ich habe auch echt das Gefühl, ich werde gleich als erstes sterben. Die Leute überleben schon viel zu lange. Ist halt nicht so wie bei PUBG, wo sie sich erstmal alle selber kloppen und sich dann halt sagen können, jetzt bin ich gar nicht tot, jetzt bin ich voll gut, ich bin voller Profi. Ich komme zu 70% in die Top Ten. Tue ich gar nicht, aber egal. Ich komme nicht Top, nee, Top Ten. Aber hey, hier bin ich auch in den Top Ten. Es verfolgt mich durch jedes Spiel, die Top Ten. Aber ich werde niemals Erster. Alter, wie tief geht es denn hier bitte noch runter? Ich habe gleich keine Steine mehr, um mich da runter zu buddeln. Gut, dass ich das hier nicht mit Wasser gemacht habe, sondern mich direkt hier so runter baue. Das wäre ja schrecklich gewesen, wenn ich das jetzt hier alles versucht hätte. So, äh, so mich hier, äh, wie hätte ich hier wieder hochbuddeln müssen? Ich hätte ja, das hätte ja irgendwie, ne? Wäre schrecklich, wäre das ja gewesen. Das Hochkommen wird gleich sowieso schon wieder ein Problem. Oh man, oh man, wie tief geht es hier runter? Ist das, ist das ein Dungeon? Nein, das ist irgendwas von dem World Edit, weil das ist hier nicht das normale World Edit bei Minecraft, deswegen. Ist vollkommen okay. Äh, okay. Noch ein Schritt, noch, noch ein Schritt. Gleich. Da sind Dias! Nein, das sind keine Dias, das ist wieder nur Eisen. Ach, fuck this shit, I'm out, ey. Ich habe keinen Bock mehr. Leute, ich bin raus. Ich mache das. Das macht keinen Spaß. Das macht mir keinen Spaß mehr. Nee, das ist ein Family Battle ohne mich. Unglaublich. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Warum finde ich denn, weißt du, das ist jetzt eine Riesenhöhle hier. Eine Riesen-fucking-Höhle. Der ist sogar schneid. Weißt du, und was finde ich? Eisen. Kilo weiß, Kilo weiße Eisen. Ey, weißt du was, ich mache einen Eisenladen auf. Gehen wir einen Eisen-Warenhandel auf. Piep. Spinne. Stirb. Okay, du bist tot. Hallo. Aua. Das ist nicht so doll. Das ist nicht so doll. Oh, goldene Apfel. Goldene Apfel nehme ich mit. Ähm. Was schmeiße ich? Ich muss was wegschmeißen. Ich schmeiße das Gold mal weg. Das heißt, ich tue mal allgemein einfach. Au. Au. Warum spawnst du denn bitte denn noch? Hör doch auf zu spawnen. Ähm. Deswegen gesagt, gerade allgemein mal schnell was wegtun. Hier. Ja. Nur noch rote Beete-Samen nehme ich noch mit. Okay, weiter auf der Suche nach Diamanten. Ich sollte mir eigentlich mal ein System machen, wo ich die Fakten platziere, damit ich weiß, wo ich lang muss. Prinzipiell. Bin ich überhaupt auf der richtigen Höhe? Das wäre die richtige Höhe, ja. Das da drüben ist auch wieder Eisen. Puh. Das ist ein bisschen blöd. Weil ich halt wirklich, äh. Ja. Ist halt so. Ist einfach ein bisschen blöd. Hier oben werden keine Dears sein, weil wie gesagt, ich habe so das Gefühl, dass ich auf der Höhe hier sein muss. Das sind 13 zwischen Dings und Dings. Ich glaube 16 war die höchste Höhe, die man sein dürfte. Ich glaube 15 war die Höhe. Oh, ich bin manchmal, manchmal, meine, meine Gedanken sind unergründlich. Meine geistig-moralischen Mechanismen sind mysteriös und komplex. Okay, ich gehe jetzt mal nach rechts. Ist auch schon wieder weiß. Wie gesagt, ich könnte jetzt einen Eisenwarenhandel aufmachen. Aber ich finde keinen dir. Ja, nice. Eisenwarenhandel. Ich schmeiß gleich... Jetzt habe ich eine Nachricht bekommen. Oh, geil. Jemand mag mich. Ach, fuck you. Das ist doch nicht wahr. Ich bin ein wenig schockiert, dass ich hier nichts finde. Gut. Dann machen wir zu. Äh, wo ging es denn jetzt hier nochmal genau raus? Ich weiß es gerade nicht. Oh. Das ist kein gutes Zeichen. Wenn ich hier schon so stehe und ich weiß, wo ich rauskomme. Was ist das hier, ne? Ja, das sieht danach aus. Okay, ich mache hier also einfach mal Fackeln hin überall. So, dann weiß ich, dass ich hier lang muss. Wo ist das, was ich hier hin muss? Ähm, hier ging noch ein kleiner Weg lang. Eben, habe ich gesehen. Wo ging der jetzt lang? Ich habe es vergessen. Okay, gut. Vergessen wir das einfach. Hier ging der lang, genau. Hüpf. Okay, da unten ist nur Lava. Und zur Lava will ich natürlich nicht zwingend hin. Fällte Höhe bin ich jetzt. Okay. Gut, dann machen wir es. Bulle ich mich jetzt hier einfach mal erstmal weiter. Das hat ja jetzt keinen Zweck. Das hat ja wirklich. Das bringt ja jetzt nichts. Ich muss jetzt hier weg. Ich brauche dringendst Dias. Das war schnell. Ziemlich schnell. Möglicherweise sogar. Ich kann jetzt einen Bogen machen. Aber noch keine Pfeile. Ich bin in einer bescheidenen Situation, sage ich mal. Das ist keine gute Situation gerade für mich. Also das ist keine gute Ausgangssituation für mich und meine Crew. Für mich und mein Team. Für mich und mein Team. Du siehst du Mercedes. Alle Jungs müssen mit. Was hat das gesagt? Bestimmt nicht ich. Ach, come on. Give me some Diamonds. Ich brauche Diamonds. Like Diamonds in the sky. Gut. Hilft ja nichts. Gucken wir mal aufs Handy. Komm, scheiß drauf. Ich habe gar keine Nachricht bekommen. Ist okay. Ich habe wieder mal nur eine E-Mail bekommen. Halbzeit. Wuhu. Wuhu. Wo mache ich eigentlich nichts, um diese Halbzeit zu. Zu zelebrieren. Irgendwie, keine Ahnung. Heimfeuerwerk. Oder sowas. Wäre voll cool. Wenn ich hier einfach sitzen würde. Nehmen wir mal was in die Luft jagen würde. Ah, komm schon. Oder bin ich zu blöd, um Dias zu finden? Verstecken die sich. Die verstecken sich vor mir. Wenn wir die verstecken sich die ganze Zeit vor mir. Die blöden Dias. Das machen die doch ständig. Sich verstecken, ne? Ich laufe gerade zurück, um mir ein bisschen Eisen zu holen. Und ich brauche demnächst wieder eine neue Eisenspitzhacke. Nur um das kurz zu erklären. Wie Halbzeit? Wovon? Was? Welche Halbzeit gilt denn jetzt? Ich bin verwirrt. Tim verwirrt mich. Das macht es nicht besser. Das macht die Gesamtsituation eigentlich nur noch schlimmer. Wow. Das hat sich gelohnt, zurückzugehen. Jetzt habe ich wirklich eine Nachricht bekommen. Ich werde nicht mehr. Gibt es doch nicht. Und ich muss jetzt auch raus, ne? Das ist jetzt kurz vor acht. Ich muss gleich ins Bett. Also wirklich. Ich finde das eigentlich nicht okay. So. Warum habe ich... Ich verstehe echt nicht, warum ich jetzt das Intro von Golden Curls im Kopf habe. Wo kommt das her? Warum? Warum kommt das her? Das ist die eigentliche Frage. Das ist unglaublich. Danke, dass du ein Freund zu sein bist. Und... Kann ich nicht irgendwie das Intro von, äh... Eine schrecklich nette Familie oder so im Kopf haben? Wäre auf jeden Fall cooler als das von Golden Girls. Eine Sendung, die ich nie geguckt habe. Wollte ich nur das Intro kennen? Es müsste Golden Girls sein. Ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher. Aber ich meine das mal Golden Girls. Sendung, die ich nie geguckt habe. Also, nee, richtig. Ich habe mal ein, zwei Folgen davon geguckt. Es sind halt... Es geht halt um alte Frauen. Deswegen. Es ist nichts für mich. Ich meine, ich habe schon ein Problem mit jungen Frauen. Und dann noch alte. Nee. Danke. Okay. Ähm... Wollen wir erst mal wieder fackeln. Weil ich ja da oben sauviel hingestellt habe. Einfach... Ist nicht so schlimm. Okay, ich stelle mir jetzt auch einfach hier mal einen Ofen. Also, wieder Ofen. Nee, Workbench. Ofen. Workbench. In den Ofen tun wir jetzt mal ein bisschen Eisen. Okay. Okay. Ich habe keine Eisenspitzöcke mehr. Ist aber nicht so schlimm. Wir machen schnell eine. So. Eisenspitzöcke. Und jetzt buddeln wir uns weiter. Mal gucken. In den Chat. Ob da noch irgendwie was gekommen ist. Von wegen... Äh... Ja. Von wegen... Die World Border wird wieder kleiner oder so. Äh... Auch wenn ich glaube ich hier... Relativ safe bin sogar. Weil ich möglicherweise ziemlich nahe an Null bin. Ich bin nicht der Erste. Ich bin nicht der Erste. Ah. GG. GG. EZ. Nein. Nein. Es tut mir eigentlich leid, dass Alive jetzt die Erste ist. Das ist... Josh hätte ich es eher gegönnt. Ja. Weil er letztes Mal gewonnen hat. Muss ich zugeben. Aber gut. Das passiert. Ich meine. Das hätte auch nie in jedem Moment passieren können. Ich meine. Ich buddle mich hier gerade glaube ich an Lava oder so vorbei. Es ist halt wirklich ärgerlich. Wenn man als erstes rausfliegt. Es tut mir echt leid. Oh. Der Arme ist hupfi. Naja. Macht leider nichts. Im ersten Moment fällt jetzt für mich wieder mal... Ich bin jetzt wieder zufrieden. Ich kann jetzt nur noch Sechster werden. Das ist okay. Äh. Das ist ein besserer Schnitt als... ...letzter. So. Ach. Komm schon. Was ist das? Was ist das? Ich find Höhlen, Höhlen noch und Löcher. Aber überall... Da sind nur Löcher. Nein. Okay. Jetzt hat der auch Diamanten. Fick mich. Ich bin der einzige ohne Diamanten glaube ich jetzt. Ach leck mich. Weil ich bin denn so ein freundlicher Spieler. Ich hab dem einen Typen sogar Diamanten angeboten. Und wenn ich Diamanten hab. Ich glaub der Manu war's. Und weißt du und... Und jetzt find ich selber keine. Komm schon Karma. Lass mich... Warum? Ach komm schon. Mann. Ich bin mal so frei. Ich lass mir da ein Ding offen. So. Noch schön Licht hab. So. Weil da kann ich jetzt nicht mehr reinfallen. Zack. Fällt da rein. Das wär jetzt... Das wär jetzt das Highlight gewesen. Juhu Smaragde. Sexy Mann. Komm nimm mal mit. Geil Mann. Mach ich mir jetzt ne Smaragde-Rüstung. So eine Scheiße. Hey. Gib mir doch wenigstens dir was für ein fucking Schwert. Ein Schwert. Okay. Ich gib's auf. Ich bril mich jetzt um. Ey. Was ist das? Mann. Keine Tiere. Ich kann ein Eisenwarenladel... Eisenwarenladel. Kann ich aufmachen. Ah. Okay. Ah. Der Danze enchantet gerade. Mann ey. Gibt's doch nicht. Mir geht doch mein Trinken aus. Ja so gar nicht. Hatten wir schon Halbzeit? Ich weiß es nicht. Müssten wir aber eigentlich gehabt haben. Müssten gleich durch sein mit der Folge. Oh nein. Ich find wieder den Ausgang nicht. Ich bin so ein Held. Ich kann das so gut mich verlaufen. Das krieg ich so gut hin. Ey. Wo bin ich denn rausgekommen? Rüßü. Rüßü. Nein. Rüßü. Aber im Endeffekt ja. Solange die Aufnahme weiterläuft, glaub ich, kann man das machen, ne? Ich mein, das hab ich letztes Mal zumindest auch gemacht. Ich mein, letztes Mal hab ich nachgeguckt. Oder ne, ich hab... Oder ich hab gegoogelt. Das ist alles noch nicht hacken. Ah, Mann. Kein Hacken. Ich hab jetzt ein Hacken im Sinne von Hacken, nicht hacken. So mein ich das jetzt. Oh, Mann. Das ist grad wirklich... Ich bin grad ein bisschen... Deprimiert. Ich hab grad so ein bisschen so ne Lip... Äh... Ne Midlife Crisis. Weil ich nix finde. Wieder mal. Es ist unglaublich. Das ist irgendwie... Bitte. Versucht nachzudenken. Gut, ich sollte vielleicht auch mal ein bisschen einfach mal hier zur Seite. Ich bulle mich halt einfach mal hier zur Seite. Sei nicht dumm, weil ich mich jetzt, glaub ich... Ne, komm. Ist okay. Weißt du? Ich hätt mich einfach mal vorher... Hätt ich einfach mal sagen... Komm, komm, ich mach jetzt mal einfach zu leise. Ich bin so lustig, ich komm mit Klebe. Weißt du? Jetzt mach ich schon den Gronkh. Tschüss.